Und jetzt sind wir schon wieder voll. Ich krieg die Krise, ne? Wir werden auf jeden Fall ein Sammelsurium an Kleintieren zu Hause haben. Ich sehe das schon. Können wir eigentlich auch Füchse einsammeln und zähmen? Müsste ich mal probieren. Ich werfe einfach mal auf den nächsten Fuchs, den ich sehe, so ein Ding drauf. Da müssen wir hin. Zack. So. Hallo, ich möchte gerne verkaufen. Einmal das hier, den ganzen Stapel. Das hier möchte ich verkaufen. Ich möchte... Ach, den hier, Blumen. Ne, die brauche ich. Ja, den brauche ich. Den hier würde ich gerne verkaufen. Und sie können gerne das hier haben. Das sieht sehr gut aus. Achso, was ist das? Gewürzsprossen. Das kannst du auch gerne haben. Sehr gut. Ja, und ansonsten, was ist das? Krimal, Kri, irgendwas, Flower. Die muss ich, äh, den ganzen. Dann würde ich das gerne verkaufen. Das hier würde ich dann dahin tun. So, jetzt müsste ich genug Geld haben. Endlich. Inventar erweitert. Sehr schön. Äh, wei. Gerade mehr Platz bekommen. Ich mache weiter, um deine Tasche noch zu weiter zu vergrößern. Äh, für 5.000? Ja, okay. Das dauert lange. Ach, perfekt. So, da packen wir jetzt diese ganzen Spezialkäfer hin. Hier haben wir Essen. Und, äh, hier packen wir die Materialien hin, die wir brauchen. Das ist auch die hier, soweit ich mich nicht irre. Und das hier. Und Holz. Holz brauchen wir. Ach nee, Holz haben wir, glaube ich, noch zu tun, ne? Ich werde jetzt in mein Haus zurückkehren. Pflanze Gardinien und lasse sie wachsen. Ja, ja, ja. Genau. Perfekt. Genau da möchte ich sowieso hin. Weil ich möchte auch was bauen. Ich möchte mir ein gemütliches, kleines Sofa bauen. Das wird wundervoll fabelhaftig aussehen. Wer sagt denn sowas wie wunderbar fabelhaftig? Ich sage sowas wie wunderbar fabelhaftig. Ha, ha, ha. Da seht ihr mal. So ist das. Und los geht's. Mit den Stinkerbomben in der Hand. Na, da sind wir jetzt mal gespannt, wie das aussehen wird. Vor allem, ob das Sofa genauso aussieht, wie in dem, ähm, in diesem Vorschaubild. Das Sofa interessiert mich mehr als alles andere, muss ich sagen. Hä? So, stellen wir ein Gegenstand auf. Wo ist das Sofa? Ha, Mist. Ach ja, stimmt. Drei von sechs, was? Mist. Okay. Moosteppich brauchen wir aber nur einen, oder? Ja, einen. Sehr gut. Wir brauchen noch mehr Tiere und Hölzer haben wir aber genug. Müssten wir, oder? Ne, wir brauchen vielleicht sogar noch ein paar Hölzer. Das da rein, das müssen wir gleich machen. Das kommt auf jeden Fall rein. Zack. Das kommt auf jeden Fall rein. Das stellen wir gleich nochmal her. Was ist das? Lehm nehmen wir. Ich fühle mich. Ach, guck mal einer an. Wer schreibt mir denn da? Hm, hier. So, dann wollen wir mal hoch. Vorstellen. 200 gewöhnliche Rauchbomben. Sehr gut. Wer wäre denn nochmal ein richtiger Insekten-Experte? Oh, was haben wir denn da? Ja. Ernten. 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 Eins. Wir können daraus vielleicht sogar was machen. Jetzt aber erst mal gießen. So. Ach, hier. Immer schön noch in die Pflanze rein da, oder was? Zwiebeln dauern also länger als Karotten. Um. Unkraut werden wir dann wahrscheinlich auch bald Probleme haben. Okidoki. Was haben wir jetzt hier? Sei gegrüßt. Sieht so aus, als hättest du dir dein praktisch schnell weiteres Rucksack von Sekel zugelegt. Wie geht es dir mit dem zusätzlichen Staurohn? Keine Heimfahrten mehr, alle halben Sonnenzyklen, oder wie auch immer. Ich sage nur danke, dass du ein teuer, dass du ein teuer Kunde bist. Na, wir treu sind, wissen wir noch nicht. Sei gegrüßt. Du wirst einfach immer besser und besser mit der Axt. Komm später vorbei. Ich werde dir beibringen, wie du eine noch bessere baust. Ja, 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 ja. Aber das kostet gerade so viel. Das kann ich mir noch nicht leisten. Da haben wir gerade erst einen teuren Rucksack gekauft. Aber diese gewöhnliche Leiter. Oh, ok. Da brauchen wir mehr von diesen Moosdingern. Was ist das? Stoff. Ok. Keine Ahnung, wie man das herstellt. Einfaches Sägewerk haben wir nicht schon? Haben wir nicht schon ein einfaches Sägewerk? Wir haben schon ein einfaches Sägewerk. Ich lasse mich hier nicht verrückt machen. Als nächstes möchte ich bitte dieses Dingens hier bauen. 23 haben wir. Wir brauchen noch Tiere. Tiere und Holz. Das heißt jagen. Und wir konnten ehrlich gesagt gut da hinten jagen, oder? Und da waren wir auch noch relativ in Frieden. Da war noch nicht so viel los, meine ich damit. Das ist nicht böse gemeint. Das ist einfach nur Fakt. Der Fakt ist, da war nicht viel los. Waren eigentlich viele Tiere? Gab es da Moos? Ich weiß es nicht. Moos brauchen wir auf jeden Fall mehr. Diese Moostierchen sind perfekt. Haben wir aufgepasst, wo wir die gefunden haben? War das am Rand vom Wasser? Ich bin mir unsicher. Na mal schauen, was da jetzt so los ist. Es ist 21 Uhr. Geisterstunde. Nein, Quatsch. So, dann schauen wir mal, was es hier Schönes gibt. Auf jeden Fall Schmetterlinge. Ach Mist, wir sollten die Gardene pflanzen, ne? Ähm. Ah, was ist das? Eine Truhe. Aha. Plündern. Süßplatzen. Leuchtpilz. Okidoki. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Ist da hinten irgendwo Wasser oder Moos? Ja, ja, chillt mal. Ich habe noch nicht ein pelziges Tier gesehen. Vielleicht sind wir hier tatsächlich an der falschen Adresse. Was ist das? So ein Teil. Ich werde mal nach oben. Und gucken, ob ich hier irgendwo eine Art Aussicht bekomme. Was es hier so gibt. Hi. Es ist viel zu hügelig. Ich kann nichts sehen. Und jetzt gerade hat sich mein Headset gemeldet. Was so viel heißt wie Schließe mich an, sonst gehe ich aus. Und dann kannst du zusehen. Probier'n's nochmal. Eins. Zwei. Drei. Mist. Mist. Ja. Ja, 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 ja. Und? Dreimal Pelz. Sehr krass. Okay, das ist genau das, was wir gebraucht haben. Dann werden wir uns jetzt die Axt schnappen. Aber hier kriegen wir das Holz, was wir brauchen, ne? Wir schnappen uns jetzt die Axt und müssen trotzdem, äh, zu den anderen Dingern. Wir müssen da oben lang, oder? Irgendwo da hinten, war doch da, wo wir herkommen. Wir bekommen hier nur so ein Holz. Nicht das, was wir brauchen. Leider, 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 leider. Ist das da? Ja, genau, da müssen wir hin. Oh, und hier ist noch so ein Leuchtepilz. Sehr schön. Meister, der ein seltenes Sammelgegenstand drin. Okay, 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 okay. Schön, schön, schön. Viele Sachen, die man hier bekommen kann. Nicht, dass ihr euch wundert, das ist Zitrone und Orange und... Ein Getränk aus Zitronen und Orangen. Ein bisschen bitter, aber trotzdem lecker. Aber das Gesicht ist eher wegen der Zitrone. Ein bisschen viel Zitrone vielleicht. Du bist dem Server beigetragen. Ja, genau. Ähm, was wollte ich jetzt machen? Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte die Gardenie pflanzen, richtig? Sieben. Ah, die wird hier gepflanzt. Ich verstehe. Warum werden wir die hier? Hier? Warum nicht? Viel Erfolg. Oh, die muss auch gegossen werden. Natürlich. Hier regnet es ja so selten. Ob es öfter regnet, so weit uns endet. Alter. Spritze uns nicht so an. Wir brauchen mehr Bäume. Wir werden hier einfach ein paar Abkreuz nehmen. Das ist nicht... Das, was wir brauchen können. Das ist das, was wir brauchen können. Wir werden jetzt einfach ein paar von hier nehmen. Was soll es? Splinterholz. Genau.